ja servus leute und herzlich willkommen zurück hier bei retro und future zu einem neuen retro teil und in diesem retro teil möchte ich euch zeigen was euch die nächsten monate hier auf dem kanal erwartet wenn wir über retro sprechen wie ich in meinem ersten video schon erzählt habe ist mein plan die nächsten wochen und monate die lieblingsspiele von lukas arts die ich gespielt habe als ich klein war nochmals durchzuspielen die den kanal verfolgen wissen ich bin momentan hart am knabbern bei manic mansion 1 und in diesem video heute möchte ich euch zeigen welche spiele danach kommen werden ich muss sagen ich bin sehr aufgeregt auf jedes einzelne spiel und in jedem einzelnen spiel steckt für mich ganz viel kindheitserinnerung und der da die manic mansion teile gesehen hat die schon raus sind wird sicherlich gemerkt haben wie viel spaß ich beim spielen dieser spiele habe und wie viele erinnerungen da in mir hochkommen an die guten alten seiten also in dem video möchte ich zeigen welche spiele denn danach noch kommen und wie die reihenfolge ist wie schon erwähnt ich spiele gerade manic mansion 1 das ganze spiele ich in der commodore 64 version das ziel wird sein die spiele immer auf der untersten hardware zu spielen die damals möglich war in dem fall hier eben manic mansion 1 gab es ja auch für den amiga und für den pc später nein wir spielen hier die c64 version und ich kann nicht sagen es macht richtig bock schaut euch die videos an ich verlinke euch das hier oben mal also wenn wir dann dem dr fred hier den meteor weggenommen haben und unsere sandy befreit haben dann wird das nächste spiel sein natürlich zack mccracken kam ein jahr später raus auf der gleichen engine eben auch wie manic mansion deswegen ging das wahrscheinlich auch so schnell aber zack mccracken war viel umfangreicher wie mannig menschen also man hat da eben nicht nur das eine haus sondern man kämpfte da gegen die aliens und die invasion der aliens die sich als telefon gesellschaft hier eingeschlichen haben und man hat eben die möglichkeit mit dem flugzeug an verschiedenste stellen zu fliegen und landete später sogar noch auf dem mars also ein viel größer gestreutes spiel aus meiner sicht viel schwieriger wie mannig menschen und auch dieses spiel habe ich nie durchgespielt also auch das wird eine harte nuss ich freue mich auf das spiel natürlich spielen auch davon die c64 version das war nämlich das letzte spiel das von lucas arts auf dem 64 kam zumindest das letzte das ich gespielt habe dann wird das nächste spiel sein dass wir uns vornehmen indiana jones 3 ein unglaubliches spiel zu seiner zeit ich fand die grafik super ich fand die rätsel gut ich habe nicht mehr so viele erinnerungen an das spiel das war etwas was ich am anfang mal gespielt habe aber dann später als dann eben die besseren spiele rauskamen wie monkey island oder indiana jones 4 und so war das spiel für mich nicht mehr so interessant deswegen das wird schwierig achtung auch das habe ich nie durchgespielt also ihr seht schon das zieht sich hier irgendwie durch ich habe viele dieser spiele gespielt aber nicht wirklich bis zum ende gepackt indiana jones 3 spielen wir natürlich die amiga version dann das nächste spiel kam schon ein jahr später und das habe ich nie selber gespielt nun habe ich immer nur bei meinem onkel damals gesehen der hatte eine amiga 2000 und der hat das spiel gespielt und ich fand das grafisch sehr toll ich fand es von der musik her sehr toll aber ich habe das spiel selber nie gespielt aber das gehört für mich zu dieser ganzen reihe mit dazu denn es war ein sehr gutes point in click adventure aber eben auf einer anderen basis weil man hier eben keine befehle hat wie geh zu und benutze sondern dass man eben das ganze mit den melodien macht mit dem zauberstab würde ich jetzt mal sagen wenn man das so nennen kann also das wird für mich absolutes neuland das wird wirklich eine herausforderung das spiel durchzuspielen aber ich freue mich drauf weil eben es war was besonderes und ich fand die musik und so klasse und das erinnert mich so ein bisschen an die zeit als mit meinem onkel damals das war glaube ich 1991 in seinem zimmer saß und er auf seinem amiga 2000 eben das spiel gespielt hat dann kommt ein knaller gleiches jahr monkey island 1 allein wenn ich das intro sehe und die musik höre am anfang kriege ich gänsehaut und ich hier heute noch ab und zu auf meine alexa den soundtrack es gibt da richtig coole soundtracks davon ist mal zu ihr sagen da gibt es immer eine richtig coole neu aufgenommene variante hört sich klasse an ja das spiel unglaublich habt es damals auf dem amiga 500 gespielt natürlich mit der 1mb erweiterung brauchte man glaube ich sogar für das spiel war ein unglaubliches spiel war auf vier disketten wenn ich mich richtig erinnert war eine unglaubliche grafik also eben auch gerade die stadt bei nacht mit diesen blauen häusern alles in blau getauchten dann die gelben fenster auch die insel selber grafisch toll gemacht die rätsel fand ich immer sehr schwer ich erinnere mich noch an diese kämpfe mit du kämpfst wie ein bauer super das passt denn du kämpfst wie eine kuh also diese schwertkämpfe wo man eben mit beleidigungen gegeneinander kämpfen muss das weiß ich noch aber viele andere rätsel habe ich nicht mehr im kopf und auch das spiel habe ich nie durchgespielt also langsam fühle ich mich wirklich schlecht ja ich habe so viele spiele gespielt und davon keines durchgeschafft aber ja war leider so war aber ein mega spiel und darauf freue ich mich riesig ich bin aber immer noch am zweifeln ob ich mir vielleicht doch bei steam diese deluxe version kaufen wie die heißt wo man im endeffekt zwischen neuer und alter grafik hin und her schalten kann hat nämlich auch was und vor allem man hat wenn man das auf der neuen grafik spielt sehr viel hintergrund musik was richtig toll ist ja habe ich mal gesehen in dem video aber die original grafik ist natürlich ja aus meiner sicht das worauf es ankommt müssen wir also schauen ich weiß nicht genau ob man die amiga version spielen oder eben diese erweiterte version aber wenn man die erweiterte version spielen da werden wir vielleicht ab und zu mal in die neue grafik rüber switchen um zu gucken wie es aussieht aber generell wird man das spiel schon auf der alten grafik durchspielen dann nach monkey island 1 kam direkt monkey island 2 ein jahr später und auch das habe ich auf meinem amiga gespielt ich weiß noch die anfangsszene wo man an dieser brücke steht und wo das komplette inventar mit gold gefüllt ist da macht man drei schritte und alles ist weg weil der lago einem alles wegnimmt das monkey 1 2 fand ich schwieriger wie es monkey island 1 ich habe es auch nie durch geschafft spoiler ja ich habe es auch nie auf eine andere insel geschafft also es gibt ja die möglichkeit dass man dann auf andere inseln fährt es gibt glaube ich fett island und noch eine andere insel also ich bin da nicht wirklich weit gekommen deswegen auch das wird schwierig für mich aber ich freue mich drauf dem lechak zu zeigen wo es lang geht ja und auch grafisch war das spiel wirklich genial und von der story eben genauso abgedreht wie monkey island 1 und das ist das was es ausmacht richtig tolles spiel als nächstes kommt dann mein absolutes lieblingsspiel aus der ganzen reihe und das ist indiana jones 4 wie monkey island 2 auch hatte das auf dem amiga 11 disketten das weiß ich noch ich hatte damals eben die einen megabyte speicher weiterung drin hatte aber nur ein disketten laufwerk und ich weiß eben heute noch wie ich mit disketten hin und her gewechselt habe wenn man das spiel spielen wollte ganz zum schluss habe ich dann zu meinem amiga 500 noch eine festplatte bekommen die man an die seite anschließen konnte die hatte 20 megabyte hat für mich aber gereicht weil eben das spiel hier hat er bloß 809 mb weil es war eine 11 disketten a 720 kilobyte glaube ich waren die ja damals beim amiga das hat dann eben locker auf die festplatte gepasst und so konnte ich das ganze von festplatte spielen das war unglaublich toll aber auch diese disketten wechselei hat irgendwo dazugehört und war richtig klasse ich fand das spiel absolut genial ich bin großer indiana jones fan und die story diese eben da in diesem spiel auspacken ist einfach genial die verschiedenen lokationen wo man hinreist sei es kreta sei es logischerweise dann später auch atlantis oder sei es die azoren sei es island oder eben auch sein college zu hause alles ganz toll gemacht die story ist super aufgebaut die grafik ist toll aus meiner sicht ist spiel einfach nur genial und ich freue mich mega 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 mäßig auf dieses spiel um das endlich durchzuspielen auch das habe ich nie gepackt ich bin soweit ich weiß immer schon in der wüste hängen geblieben wo man die ausgrabung suchen musste das habe ich glaube ich noch geschafft ich glaube ich habe die ausgabe noch gefunden bin aber dann dort stecken geblieben was interessant war bei dem spiel man hatte die möglichkeit während des spiels relativ am anfang zu entscheiden welchen weg man gehen möchte man kann also den weg gehen mit action da muss man dann mehr kämpfen man kann den weg gehen zusammen mit der sophie als team oder man kann eben das spiel nur mit dem indiana jones spielen und ebenso die rätsel lösen ohne die sophie ich habe mich immer für den weg mit der sofia ist sie glaube ich ich habe mich immer für den weg mit der sofia entschieden müssen wir schauen für welchen weg ich mich dann diesmal entscheide aber ich glaube ich werde auch zuerst mal mit der sofia das spiel da kann man immer noch überlegen wenn es richtig bock gemacht hat noch mal einen zweiten anlauf zu nehmen und das ganze dann noch mit dem indiana jones zu spielen mal schauen die action variante hat aus meiner sicht keinen sinn gemacht denn wahrscheinlich jeder von euch weiß dass mit der taste null könnte man jeden direkt k.o. schlagen deswegen ja war das eher witzlos aus meiner sicht aber auch die anderen beiden wege mega toll und ich freue mich riesig auf das spiel riesig dann kam das nächste 1993 day of the tentacle und das war auch ein schicksals spiel für mich denn ich hatte damals immer noch ein amiga 500 das war das erste spiel das nicht mehr für den amiga raus kam zu der zeit habe ich mir dann eben auch überlegt okay amiga hat wohl leider keine zukunft mehr muss man sich langsam nach einem pc umschauen die waren damals für mich aber als 13 jährige junge immer noch zu teuer deswegen habe ich das day of the tentacle erst später gespielt ein paar jahre später als ich ein pc bekommen habe das spiel hat mich damals am anfang nicht so gepackt also als erstes konnte ich nicht verstehen warum es sich damals entschieden hat den bernard als hauptfigur für das spiel weiter zu verwenden denn ich fand da viele andere charaktere bei manning menschen 1 cooler aber ja im nachhinein war es wohl richtig von lucas arts die haben den bernard genommen und wir wissen der geschichte der stand dort mit zwei freunden mit dem hoogie glaube ich oder hoogie und mit der laverne oder wie die heißt und zusammen mit dr fred machen die sich eben auf eine zeitreise und landen dann in verschiedenen zeiten und müssen dann im endeffekt das zentakel soweit erinnere ich mich aber genaueres weiß ich nicht mehr habe ich auch nie durchgespielt ich weiß aber dass das spiel echt schwierig war zumindest für mich in der zeit 1996 gespielt habe fand ich das echt schwer dann kommt das letzte spiel auf meiner liste und das ist natürlich 7max absolut abgedrehtes spiel ich glaube jede logik wurde in diesem spiel einfach nur ausgeschalten das war sowas von von krank teilweise was man da machen musste ich bin nie weit gekommen bei dem spiel aber alles in allem war es ja einfach ein total abgedrehtes spiel mal komplett was anderes und ich fand das spiel richtig klasse und ich freue mich darauf das spiel mal durchzuspielen weil ich glaube da werden noch viele lustige situationen kommen in diesem spiel wo man einfach nur denkt oh mein gott was habt ihr geraucht also dieses spiel programmiert habt ja aber cooles spiel und auch hier in der reihe meinen lucas adventures wahrscheinlich das letzte spiel das spielen werde ich weiß es kam danach noch weitere teile von monkey island raus vielleicht spiele ich die auch mal also gerade wenn ich jetzt monkey island 1 und 2 noch mal durchspiele vielleicht packt mich dieses monkey island fieber noch mal und ich pack danach dann eben noch die monkey islands dazu aber so wenn wir über diesen retro teil sprechen über die spiele die mich in meiner kindheit geprägt haben und die ich wirklich stunden tage wochen lang gespielt habe das sind es genau diese spiele hier die ihr sehen könnt und ich freue mich riesig darauf also das soll es gewesen sein das ist die vorschau der spiele die spielen möchte wie es raus hören könnte ich bin richtig heiß darauf diese spiele zu spielen und das wird ein mega spaß für mich ihr wisst ich mache das nicht um irgendwelche klicks hier zu generieren ich mache das weil ich richtig bock dran habe diese spiele noch mal zu spielen und ich hoffe viele von euch werden mir dabei folgen und genauso viel spaß haben wie ich an diesen spielen also dann gucken wir mal dass man den menschen zu ende bekommen und dann kümmern wir uns um zack mcg und gehen dann diese ganze liste so durch jedes mal wenn ich ein spiel neu starte werde ich natürlich diese grafik zeigen damit wir sehen wo wir momentan sind also in dem fall schön dass ihr da wart schaut dann rein wenn ich die spiele spiele und ich verspreche euch das wird richtig cool und es wird das zusammen erleben können also bis dann macht's gut euer steffen von retro and future ciao